Sollten die Freien Wähler den Einzug in den Bundestag schaffen, kann sich Hubert Aiwanger vorstellen, von München nach Berlin zu wechseln. Wenn ich in Berlin mehr für Bayern bewegen kann als von München aus, würde ich auch nach Berlin gehen, sagte der Freie Wählerchef der Mediengruppe Bayern. Die Freien Wähler müssen dringend 2025 in den Bundestag und eine bürgerliche Koalition aus Union, Freien Wählern und FDP bilden – ohne Grüne. Am 8. Oktober steht für die Freien Wähler aber erstmal die Landtagswahl in Bayern an. In Umfragen erlebt die Partei einen Höhenflug und steht bei 16 bis 17 Prozent. Nach der Landtagswahl will Aiwanger, der stellvertretender Ministerpräsident ist, weiter Teil der bayerischen Staatsregierung sein. Ich möchte wieder Wirtschaftsminister werden, so der Politiker. Die Freien Wähler sind aus unabhängigen Wählergemeinschaften vorgegangen, die sich vor allem kommunalpolitisch engagieren. Er steht hier, nachdem er ein Methoden." Ich möchte wiederholen, dass die Freien Wähler gefertigt werden.